halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch und freue mich dass du wieder einschaltest zu einer weiteren ausgabe der öPNV news schön dass du wieder dabei bist ja ihr seht wir nähern uns schon wieder ende november das glibs nicht in nicht mehr fünf monaten fünf wochen aber schon wieder ende des jahres erreicht und man merkt das auch langsam in den news die leute verabschieden sich langsam aus dem jahr und dementsprechend wenn die news hat ein bisschen mangel da ein zwei themen haben wir dennoch für euch und die wollen wir uns jetzt mal hier direkt anschauen deswegen starten wir voll durch los geht's und der anfang macht mal direkt wieder tram sim denn wie auch in der letzten woche gibt auch in dieser woche ein neues update pünktlich zum wochenende hat man das neue update drauf gespielt in der version 1.0.4 und wir ist natürlich fleißig dabei ja es gibt natürlich ein paar tolle themen hier die man hier wieder berichten kann über den tram sim unter anderem hat man sich jetzt hier noch mal an die aufhängung jetzt rein gemacht der schwebenden wagenteile wurde komplett überarbeitet somit deformieren sich die straßenbahnen endlich nicht mehr es ist halt bekannt dass die lösung noch nicht zu 100 prozent perfekt ist in bezug auf abstände zwischen den wagenteilen aber darin wird noch weiter gearbeitet es wurde nun eine vollständige kontrolle unterstützung implementiert da könnt ihr das ganze jetzt ab sofort auch richtig mit controller spielen wenn ihr das ganze natürlich einstellt hier gibt es aber noch eine große dicke schrift bitte kontrolliere ob nach dem update die achsen für beschleunigungen bremsen richtig zugeordnet ist und weise sie neu zu wenn nötig also guckt bitte vorher wenn ihr das ganze mit controller spielen wollt einfach mal so ein bisschen in die einstellung noch mal mit rein und schaut ob das ganze so passt man hat sich auch noch mal an das sichtfeld oder auch kurz fov angesetzt field of view da hat man sich jetzt auch noch mal angesetzt für leute natürlich die mehrere monitore haben ja die können das natürlich der perfekte zu benutzen so schreibt man das ganze hier für fahrer perspektiven kann jetzt eingestellt werden das besonders hilfreich für sehr breite auflösung zum beispiel wenn das spiel über zwei oder drei monitore mittels nvidia surround gestreckt wird also wenn ihr natürlich hier den tram sim über drei monitore spielten könnt ihr jetzt das dementsprechend halt auch einstellen einschalten wenn ihr das benötigt also guckt da am besten mal auch dort in den optionen vorbei sonst hat man sich weiterhin natürlich an weitere im game sachen angesetzt wie unter anderem die ansagen man hat sich auch noch mal an die ki ran gesetzt dass das ganze auch passt man hat auch noch mal den vr modus hat man sich auch noch mal zum brust genommen denn hier gab es wahrscheinlich oder hier gab es probleme mit der htc vive denn diese war irgendwie nicht wirklich kompatibel mit tram sim das hat man jetzt aber in den bug fix jetzt behoben jetzt sollte in der aktuellsten version auch htc vive unterstützt werden vom tram sim ja das ist natürlich eine richtig schöne sache wir konnten das ganze ja schon die die ganze zeit mit oculus lüft wir hatten ja nun keinerlei probleme außer die performance hat so ein bisschen aber gut das ist immer vr und das ist immer alles ganz schwierig schön ist dass man sich hier auch weiterhin nochmal angesetzt hat um den vr modus denn bei uns war es halt immer so gewesen wenn wir tram sim gestartet haben dann ist automatisch die oculus software mit angesprungen denn man konnte ja im spiel selbst konnte man ja in den vr modus wechseln das ist ab sofort nicht mehr möglich denn ihr müsst am start schon wenn ihr tram sim starten wollt angeben ob das ganze in ganz normal spielen wollt oder im vr modus das macht ihr wie gesagt sobald ihr auf start drückt und dann kommt eine auswahl menü und dort gibt das ganze an funktioniert bei mir ist das ganze normal gestartet ohne dass im hintergrund denn die oculus software gestartet ist was natürlich auch wieder performance schon ist und sonst hat man sich natürlich noch ein bisschen an der map angesetzt dass es hier ganze funktioniert die komplette changelog kann ich euch natürlich unten in die video beschreibung mit rein guckt euch das ganze mal dort an wenn ihr da mehr wissen wollt von und ja bereits schon letzte woche wurde dieses video veröffentlicht und das ist tatsächlich uns durch die lappen gegangen der bussimulator 21 hat mal wieder neues video veröffentlicht wo wir hier mal wieder neue busse sehen können eine neue busfamilie kommt nämlich mit dazu neben dem bluebird den wir nun in den letzten news ja mal gesehen hatten kommt jetzt nämlich grande west mit dazu und diese ist ein weiterer neuer amerikanischer bus so wie wir das ganze hier natürlich sehen ist natürlich geschmackssache ich muss ganz ehrlich sagen ich war von dem bluebird schon nicht wirklich angetan und der grande west ist jetzt auch nicht so ganz mein feier aber ihr könnt ja gerne mal eure meinung dazu in die kommentare posten was haltet ihr von diese zwei neuen vehicles die jetzt ab sofort offizielle lizenzpartner für den bussimulator sind wie gesagt nutzt die kommentarfunktion schreibt es am besten unten rein und wenn ihr euch das video komplett angucken wollte der link ist ebenfalls in der video beschreibung drin kommen wir jetzt aber mal zu um sie haben sie hat natürlich auch ein bisschen was und hier ist zum beispiel dass um sie zwei erde und münchen man hat sich hier mal wieder ein bisschen geäußert zu und schreibt die 154 ost ist weiterhin im beta test für die zeit danach wollen wir also wollen die entwickler die map weiter wachsen lassen man arbeitet aktuell einem ebusco modell und den sieht man jetzt hier aktuell im blender modus allerdings noch relativ weit fortgeschritten denn hier fehlen halt komplett die reifen der komplette im raum ist noch nicht da man hat hier so ein bisschen das äußere das was man hier so sehen kann und dementsprechend ja ist natürlich noch nicht viel da was man dazu davon berichten kann aber schön dass man sich hier immer hin noch ran setzt und das ganze immer weiter ausbaut mit um sie zwei in und münchen wir finden es ja sowieso immer klasse dass das nicht einfach nur release wird und dann auf wiedersehen sondern dass das ganze immer weiter aufgebaut wird und vergrößert wird und das ist immer das zeigt dass die leute den support toll finden ja und das ganze projekt auch wirklich am leben halten lassen wollen schöne sache auf jeden fall wenn ihr wie gesagt mehr davon sehen wollte weitere bilder auch hier der link in der video beschreibung aber mal zu einem bus hier wissen wir nicht ob das ganze jetzt von woher das kommt denn das sieht ein bisschen recht modern aus und hier schreibt man das v3d ein bild gepostet hat von einem alexander dennis enviro 500 mmc die er jetzt in 9 nach berlin gekommen sind ja die sind jetzt natürlich jetzt auch schon in einem blender format verfügbar man weiß allerdings nicht ab das ganze hier um sie ist oder vielleicht schon was denn um sie sieht das ganze schon zu hoch edel aus muss man ganz ehrlich sagen was würde schon eher so in diese richtung gehen man hat natürlich auf dem twitter account nicht wirklich viel dazu preis gegeben wie gesagt wenn es hier neue informationen dazu gibt dann wollen wir euch das ganze natürlich dazu kommen lassen aktuell aber zeigt man hier bloß zwei bilder einmal von vorne einmal von hinten und das war's ihr könnt ja gerne mal eure meinung dazu in die kommentare posten wo würdet ihr diesen bus jetzt in welche richtung schieben vielleicht sogar lotus man weiß es nicht aktuell aber sieht das modell auf jeden fall schon ziemlich schick aus v3d ist natürlich schon bekannt dass die hier großartige bus modelle bauen können dementsprechend wie gesagt sobald es hier neue informationen gibt erfahrt ihr es bei uns in den letzten wochen doch relativ wenig hatten wir britischen content jetzt gibt es mal wieder zwei themen und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten zwar yorkshire counties 3.0 ist ja nun ein addon wird jetzt entwickelt wird für den um sie zwei ein britisches addon und dementsprechend gab es mal wieder hier zwei neue bilder mehr als aktuell noch nicht zu sehen aber man sieht hier zumindest die linie 2 von dem neuen park and ride ja welche man hier abfahren kann hier das ganze kann man natürlich ja in der version der kostenfreien version natürlich ja auch schon alles abfahren und wir haben ja yorkshire als super gut empfunden wenn man halt britischen content mal gerne fahren möchte denn auf jeden fall yorkshire waren das ganze der jetzt heraus kommt ist immer noch nicht bekannt man hat sich hier immer noch nicht dazu geäußert ob es dieses jahr noch was wird wir bezweifeln ist allerdings sieht die kartischen relativ weit fortgeschritten aus und der bus sieht auch schon so gut wie fertig aus wir sind gespannt mal gucken wann es kommt wir wissen auch noch keinen preis dementsprechend halten wir euch auch hier auf dem laufenden ein weiterer bus wurde ebenfalls warum sie ja wieder mal veröffentlicht also was heißt veröffentlicht angeteasert und das handelt sich hier um einen blues da man hat nicht mal einen richtigen namen dazu irgendwie bekannt gegeben dementsprechend heißt er jetzt hier adl omni decke und der wurde jetzt von einem twitter post von studio unoki veröffentlicht das ist ein alexander dennis modell der aber schon relativ ein älteres modell zeigt aber es ist eine britische variante der die tür befindet sich auf der linken seite der fahrerplatz auf der rechten seite was das ganze damit auf sich hat ist natürlich noch nicht wirklich bekannt weil das ganze erscheinen so ebenfalls nicht aber wenn man sich mal die frau anguckt ist man hier schon sehr in so eine art manga style reingerutscht auf jeden fall sehr interessant wir werden uns das ding mal angucken sobald es verfügbar ist wird uns natürlich freuen wenn ihr auch da mit dabei seid und kommen wir mal jetzt zum thema von unserem partner denn wir sind ja nun partner von ormsi webdisk und hier gab es neuerungen die bis zum ersten elften 2020 in kraft gedrehten sind ja also da können wir auch noch mal schnell drüber gehen und zwar hat man jetzt sich hier im global übertragen der ankündigen und neuigkeiten in das artikelsystem wegweiser als erste hilfestellung zu den verschiedenen bereichen hat man jetzt in der navigation finden sich jetzt weitere links das fhq system wurde fertiggestellt und steht nun endlich zur verfügung weil sie fragen haben solltet könnt ihr da gerne mal diese fhq jetzt benutzen weitere veränderung hinter den kulissen für euch sollte sich nichts geändert haben sollte doch etwas nicht funktionieren bitten wir um einen report da gibt es jetzt einen direkten button dafür mit so einem mit so einem käfer drauf oder bei projektforen um eine persönliche nachricht zum beispiel via ticket system also ein ticket system ist jetzt auf ormsi webdisk jetzt auch erhältlich also wenn ihr da jetzt irgendwie ein problem haben sollte könnte das ganze denn auch so jetzt machen die farben der benutzergruppen wurde überarbeitet außerdem sind die farben und icons jetzt überall zu sehen um für eine bessere überblick zu sorgen wurden zwei benutzerringe angepasst die projektleitung wird ab sofort als so eine foto management bezeichnet die bisherige co-administratoren werden als oder werden zur administration jetzt halt umgeändert es gibt einen neuen bb code dann müsst ihr euch auf jeden fall das ganze mal angucken falls sie einen neuen was zum download anbieten wollt es können nun die systemdaten im benutzerprofil hinzugefügt werden neuer rang um sie add und entwickler gibt es jetzt und wir begrüßen sowohl als neuen übersetzer er wird sich um die polnische übersetzung kümmern die demnächst kommen wird das ist eine relativ coole sache sowohl ja das ist natürlich ein dufte mensch ja der baut absolut großartige busse und dass er sich jetzt sich hier in diese projekte hier ebenfalls hier jetzt damit einbindet ist natürlich eine richtig tolle sache es gibt noch umfragen da wo ihr bitte mal vorbeigucken könntet wenn ihr natürlich um sie web des benutzer seid dann schaut mal bitte nach es gibt einmal ein feedback zu der neuen forum kategorie neue smiley reaktion und negative smiley reaktion da ist immer noch nicht ganz offen aber ich sehe gerade die deadline ist am 8 november also ist schon abgelaufen ja ist ein bisschen spät hinterher nein auf jeden fall kommt auf jeden fall mal bei um sie wird das vorbei und schaut euch mal die neue funktionen an die jetzt enthalten sind und damit kommen wir dann zum ende der news auf jeden fall möchte ich mich bei euch allen mega mega bedanken wir hatten jetzt am freitag einen livestream eine leitstellenfahrt wie eh und je alle zwei wochen wisst ihr machen wir eine leitstellenfahrt und da gab es leute die haben konnten es vielleicht nicht lassen wollten uns unterstützen und haben uns unterstützt und dafür wollen wir uns mega mega doll bedanken grüße gehen natürlich an alle raus die diesen kanal geliked haben die diesen kanal folgen die jede videos von uns gucken die die alle videos vielleicht liken die die kommentare unter den videos posten die eine mitgliedschaft hier bei uns abgeschlossen haben aber natürlich auch die leute die uns hier mit spenden unterstützen denn wir hatten wirklich im letzten live stream über 100 euro spenden zusammen bekommen und das liebe leute das ist eine großartige sache und dann möchte ich auf jeden fall ein dickes dickes dankeschön loswerden an knolli und yvonne an focus der uns hier ebenfalls unterstützt hat an den dennis wir hatten den joe hat man mit dabei und ja es unter tage welt war dabei gewesen also es ging hier auf einmal den schlag auf schlag und dafür wollen wir uns bedanken wir werden uns auch mal überlegen dass wir jetzt für leute die jetzt so abnormale summen spenden dass wir da jetzt gucken dass wir da vielleicht so ein kleines geschenk zurückgeben wollen dementsprechend sind wir da jetzt gerade so ein bisschen an der planung dass wir da irgendwie was gerade organisieren für euch ja dass das ganze nicht einfach so ihr euer hart verdientes geld einfach in diesen kanal hier rein pumpt und ihr eigentlich nichts davon bekommt das wollen wir nicht deswegen schauen wir gerade wie wir das ganze jetzt machen können dass ihr auch ein kleines dankeschön von uns zurückbekommt halt also das dauert aber noch wir müssen erst mal gucken was wir da so organisieren können auf jeden fall möchte ich mich mega mega doll bei euch allen bedanken bei unsere knapp 6000 abonnenten die jetzt hier mittlerweile dazu gekommen sind vielen vielen dank für alle euren support für alle eure unterstützung ihr seid großartig ihr seid die beste community die man sich vorstellen kann und ich hoffe dass ich weiterhin diesen service bringen kann den ihr von mir erwartet sollte mal irgendwie mal und was nicht so sein dann schreibt es bitte gern in die kommentare dass sich hier was verändert hat und ihr das vielleicht jetzt gerade doof findet macht das weil wir wollen uns natürlich nicht verändern aber es ist halt mittlerweile so dass das ganze denn sich automatisch so heimlich denn immer so einschleicht und das wollen wir natürlich sofort unterbinden ich bedanke mich dass ihr dabei wart bei den news ich hoffe nächstes mal haben wir wieder ein paar mehr themen für euch und dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch ein schönes restwochenende und hoffentlich ja kann man jetzt nur noch sagen zu der harten zeit bleibt gesund bis denn tschüss ö e oğlum e e e Vielen Dank.